Offenbarungen über die Liebesflamme 25. März 2007 Verkündigung des Herrn Erzengel Michael, Seite 41 Weit euch heute am Hochfest der Verkündigung der Geburt des Herrn durch die unbefleckte Mutter Gottes Gott oder erneuert diese bereits vollzogene Wehe Dies ist der Beweis für eure Liebe Je mehr ihr eure Liebe zu Gott und zur Mutter Gottes zum Ausdruck bringt Umso reichhaltiger werdet ihr der Gnadengaben Gottes teilhaftig werden Nähert euch durch die heilige Jungfrau Maria durch ihr mütterliches Herz Jesu der Quelle aller Gnaden Gottes Sohn zeigte euch diesen Weg Geht durch Maria und mit ihrer Hilfe zu Jesus Auf Gott zu Eure himmlische Mutter führt und hilft euch mit mütterlicher Hilfe durch die Liebesflamme Als Gnadenwirkung der Liebesflamme werdet ihr dem Willen Gottes, der euch persönlich betrifft leichter erkennen und auch die Kraft erhalten, ihn zu verwirklichen Vertieft euch mit Beten der Seele in das heilige Mysterium der Menschwerdung Lasst die göttlichen Mysterien euer Herz und eure Seele berühren Damit die Liebe in eurem Herzen immer stärker Flammen und euer Inneres durchdringen kann Gottes Sohn sehnt sich danach Dass das göttliche Feuer entflamme und brenne Damit das Feuer der Liebe, das Flammenmeer der teuflischen Boshaftigkeit zum Erlöschen bringe Gottes Sohn sehnt sich danach Dass das göttliche Feuer entflamme und brenne Damit das Feuer der Liebe, das Flammenmeer der teuflischen Boshaftigkeit zum Erlöschen bringe Betet und sühnt mit Eifer und Hingabe im Geiste der Liebesflamme Damit das Feuer der göttlichen Liebe sich in eurer Heimat und auf der ganzen Welt ausbreite Seid gute Mitarbeiter der Mutter Gottes Mutter Gottes Öffnet euer Herz für die göttlichen Mysterien Vertieft euch heute mit Beten der Seele in das Mysterium der Menschwerdung des göttlichen Sohnes Ich möchte euch hierbei durch meine Liebesflamme helfen Glaubt daran, dass dies eine wirkliche Hilfe ist für all diejenigen, die sich mit kindlicher Liebe für diese Gnade öffnen Ich sehne mich danach, euch und alle meine Kinder auf dem Pfad der Liebe zu führen Dies gilt auch für jene, die heute von Gott und mir noch weit entfernt sind Durch meine Liebesflamme ziehe ich alle Menschen an mich, um alle zu meinem göttlichen Sohn Jesus zu führen Ich segne euch, eure Heimat und die ganze Menschheit durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Die Liebesflamme Mariens und die Familien Nach der Absicht der Mutter Gottes muss die innere Erneuerung von der Familie ausgehen Mit meiner Liebesflamme will ich den Feuerherr der Familien wieder aufwärmen Die zerstreuten Familien wieder zusammenhalten 8. August 1962 Darum bittet sie um Sühne Meine Tochter Ich bitte dich, dass ihr am Donnerstag und Freitag meinem göttlichen Sohne ganz besonders Sühne leistet Die Art und Weise der Sühne soll die Sühnestunde in der Familie sein Die Stunde, die ihr in Sühne verbringt, beginnt mit geistlicher Lesung Dieser mögen der Rosenkranz und andere Gebete in gesammelter Andacht folgen Haltet die Sühne stunde zu zweit oder zu dritt Denn ihr wisst, wo zwei oder drei im Namen meines Sohnes versammelt sind, ist er dabei Seiner bitte gemäß, bekreuzigt euch fünfmal zu Beginn Im Namen des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes. Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Dabei empfehlt euch durch die heiligen fünf Wunden meines göttlichen Sohnes, dem ewigen Vater Ebenso sollt ihr sie auch beschließen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Pflegt auch morgens, abends und tagsüber die Andacht Nacheinander fünfmal das Kreuzzeichen zu machen Dies bringt euch näher zum himmlischen Vater Und euer Herz wird mit Gnaden erfüllt 13. April 1962 17. Januar 1964 Der Herr Jesus Meine unbefleckte Mutter will Dass jede Familie ein Gnadenort sei Ein wunderbarer Ort Wo sie mit euch vereint In der Tiefe der Herzen ihre Wunder wirkt Von Herz zu Herz gehend Von Herz zu Herz gehend Gibt sie ihre Liebesflamme in eure Hände Die durch euer opfervolles Gebet Satan verblendet Der in den Familien herrschen will Ihre fürbittende Macht ist es Mit der sie für die Familien Jenen großen Gnadenstrom erworben hat Den sie jetzt im Begriffe ist Auf die Erde auszugießen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen 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 Vielen Dank.